Hallo Leute, ich melde mich mal wieder. Heute soll es darum gehen, was so passiert ist in der letzten Zeit. Euch seht ihr schon im Bild, also im Video da unten ist ein kleiner Frosch, nur noch mit Schwanz. Der wird bald an Land kriechen. Jetzt habe ich dafür extra hier so ein Holzstück reingeben. Und hier sind jetzt kleine Kammmäuche drin. Ich muss den nur schnell suchen. Hier in der Ecke zum Beispiel. Ich hoffe, ihr kennt den kleinen. Das ist ein kleiner Kammmäuche. Und hier sind Bergmäuche drin, aber die sieht man jetzt nicht so gut. Ja. Und es sind hier auch Feuersalamander, wo auch bald einer rauskommen wird an Land. Also das ist der, der noch nicht so weit ist, aber auch schon sehr weit. Und hier unten, das sieht man jetzt nicht wegen diesem Holzding, da unten ist der, der schon Farbe bekommen hat. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht fixiere. Ja. Und sonst ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass ein Frosch schon rausgekommen ist. Also ein Frosch gibt es schon. Und zwei kommen bald. Und die sind hier drin bei den Bergmäuchen. Ja. Die sieht man jetzt nicht. Ja. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass wenig passiert ist. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr ein Video sehen wollt, wie ich die zwei Frosche hier freilasse, dann lasst hier auf dieses Video gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Und ja. Tschüss. Tschüss. vender. izado he